Auf jeden Fall an den Bahngleisen kommt mein Abwehrwall hin. So, du bist auch fertig. Boah, knapp, alter. Ne, den Palast den brauch ich woanders, den brauch ich weiter oben. Abwehrtechnisch gesehen. So müssen wir das machen. Hier kommt der Palast hin. Was wollen Sie von mir? Das ist ganz schön weit. Der Hammer ist schwer. Der Hammer ist schwer. Setzen Sie Rebellen auf die Rakete an. Die höhere Ordnung soll herrschen. Das kann ich noch erforschen. Geld. Wenn ich es Leute umbringe. Zehn Prozent des Wertes ist schon okay. Wir haben einen Krieger verloren. Gott. Wo? Ihr wurdet vom Zug überfahren, ihr Trottel. Oh nein. Nein. Tun Sie mir nichts. Kriege ich ein paar Schuhe? Dir links geschossen. Runter von den Schienen. Unser Mut ist grenzenlos. Unser Mut ist grenzenlos. Ich werde geräumt. Es ist entzündig. Schön, schön, schön. Das ist ganz schön weit. Das ist ganz schön. Wenn wir das Gebäude einfach zu holen, wir nehmen das Gebäude. Für Garten, Quartal, nehmen das Gebäude. Für Garten, Quartal, nimmt das Gebäude. Für Garten, Quartal nimmt das Gebäude. Für Garten, Quartal, nehmen das Gebäude. Hämmer der Kohle. Unser Mut ist grenzenlos. Ein sicheres Verstecken. Das war viel Unsinnöhnlich. Das war viel Unserflüssig. Schwarze Market Road. Oh, und ich muss es sehen, was wir natürlich hier. Ganz klar. Verderben allen Unterdrückern. Da ist mein Ali. So, jetzt haben wir hier auch einen Radarwagen. Herrlich. Jetzt kommt es ganz runter in die Ecke, Junge, dass hier nichts passiert. Geht es schon los? Da ist mir gechillt eine Giftbombe rein. Aber ich sehe, da ist noch nicht viel los. Wir setzen die Strafel. Ah, da kommen sie die ganzen Paladinen. Sterbt schön am Gift, Freunde. Können wir nicht in Frieden leben? Und einen Skat-Sturm brauchen wir auf jeden Fall. Da kann ich nicht bauen. Es geht so nicht. Gibt es kein besseres Werkzeug? Eins, zwei, drei. Schwarz markt Nummer eins ist fertig. Okay. Ich brauche aber mehr Debt. Wir haben einen Krieger verloren. Ah, den haben sie mir auch schon geschrubbt. Verdammt. Okay, Schleichangriff. Kampfbereit. Kein Opfer ist zu groß. Freiheit für unterlanden. Da rein, schnell. Oh, scheiße. Müll-Sammler. Schön, schön. Für Gerechtigkeit. Besetzt das Kampfbereit. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Jagt sie davon. Besetzt das Gebäude. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Wir brauchen mehr Land. Unser Mut ist grenzenlos. Wir haben einen Krieger verloren. Erstmal von hinten ein bisschen was erobern beim Feind. Das kommt immer gut. Hehehe. So, nun chillischen Schwarzmarkt. Dann forschen wir auch Upgrades, die wichtigsten. Schön. Geldnachschub. Oh, kommt genau richtig, oder? Für mich. Oh, verdammt. Sniper müssen wir petzen. Schwein. Dann machen wir es halt kaputt. Scheiße. Scheiße. Wir haben das Gebäude eingeladen. Wir müssen in Frieden leben. Der Hammer ist schwer. Nein, wir haben jetzt einen Krieger. Nein, aber den Kell brauche ich. Den brauche ich noch. Scheiße, da fallen sie wie die Fliegen. Das Flugfeldkrieg, das wäre nicht schlecht, wenn ich das nicht schicke. Kampfbereit. Kampfbereit. Anschneiden. Nichts kann uns aufhalten. Will jemand mit? Kingen wir los. Wir haben einen Krieger verloren. Es geht los. Oh, scheiße. Das Gebäude ist tief in der Leid. Oh, Kinderz. Und seine Basis wird angegriffen. Das ist ganz schön. Hei? Wir haben ihr Schwanz abrechtsverkettet. Wartens. Tod. Oh, da kommt wieder Geld. Oh, ist das Ding geil.